wie manches rutschen der autos aus ey das nervt yo ich gucke mir hier den panzer ab ja ist gut die panzer spüren mit fußball sie guckt mich in uns her interaktionsmenü und dann ziel siehst du ja unter einstellung die panzer spüren gerade mit fußball hier sind zehn panzer und die schießen mir ganz her nicht her sorry so kann ich nicht arbeiten bei mir war es so erst hat es richtig rumgewackelt und dann ist irgendwann die füge abgefallen wie man auf die militärwäge sind aber mit zehn panzer die spüren mit fußball alter ich komme gar nicht mehr weg ich kann nichts machen die ganze zeit hoch jetzt aber komm ich hab dir so ein kampfschit jungen schon wieder hey wie geil hey kann ich fahrungslevel runter machen wie kann man das denn aus machen ich kann nur auf niedrig machen aber nicht auf aus hey die schießen mir ganz hinterher die panzer mit ihren röhren da die schießen und dann fliege ich ganz voll hier rum hey hey ach hier fahrungslevel deaktiviert boah geil ey die haben grad voll mit mir fußball gespielt die panzer ey so krass die ganze zeit fliege ich da hin und her